Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Guten Abend miteinander. Nächsten Sonntag ist es wieder so weit. Klaus-Tag. Nur eben, sieht man ihn fast nie draussen. Der Sami Klaus, wenn er kommt, mit seinem Essel. Ja, wir haben ihn aber gefunden und er ist natürlich gerade zu uns in die Studie gekommen. Und zwar hat er so viele Geschenke mitgebracht, dass ihm sein treuesten Freund, der Essel, gerade hätte helfen, den schwere Schlitten zu ziehen. Ja, und da ist er dann, der schöne Schlitten, voller Überraschung. Ein richtiges Geschenkparadies, voller tolle Spielsachen. Eine ganz glatte Sache ist die Dardatrom-Autobahn. So sehen Sie, wie viele schnelle Motoren die Flitzer haben. Da haben wir ganz, ganz weiche Bäbelchen mit Schlafaugen und mit ganz originellen Kleidchen. Und nicht vergessen, die beiden hier, Vater und Sohn Plüschbär. Sie sehen, die Spielsachen von Goop, die sind richtig der Plausch. Aber der Sami Klaus, der hat natürlich auch noch an die Erwachsenen gedacht. Für die Feststärke hat Goop Markenpraliné in einer grossen Auswahl und zur günstigen Preis parat. Probieren Sie doch die feine, zart schmelzende Praliné-Mischung Arnie Selection. Oder dann die Arnie Fair Lady, eine ganz exklusive Überraschung. Und die Arnie Praliné-Trüff sind nach einem traditionellen Rezept hergestellt. Sie sehen, die Confiseur von Arnie, die verstehen Ihr Handwerk. Auf den Klaustag natürlich besonders aktuell sind Clementine und Satsumas. Die beiden Zwillinge kann man eigentlich nur an der Farbe unterscheiden. Clementine sind eher rötlich und Satsumas eher gelblich. Und die feinen, saftigen Früchte gehören ja eigentlich zu einem Klaustag. Gerade so wie der Bart zum Sami Klaus. Ja, für Euch habe ich auch noch etwas. Bei Zauberman Jubiläum. Achso. Wir feiern den 200. Coop-Mittwoch-Studio. Ja, sag Sami Klaus. Das ist eine kleine Erkennung für Euch. Aha, Du kommst keine Fizzen über. Danke vielmals. So, danke schön. Ist echt drin. Ja, dann lassen wir uns überraschen. Übrigens, sein Zuhause können wir diese Woche auch etwas über im Briefkasten. Da achtet Sie auf die grosszügige und appetitliche Titelseite. Die gehört nämlich zur Coop-Festtagszeitung. Und da drin, da finden Sie ganz viele Menüvorschläge und viele Rezepte und Spezialangebote für die kommenden Festtage. Ja, jetzt wünschen wir Ihnen alles Gute. Da habe ich jetzt aber noch ganz eine wichtige Mitteilung. Und zwar für alle Einwohner von Rotrisch im Kanton Aargau. Morgen Morgen am 9 Uhr geht dort im Zentrum Sennhof das neue Coop-Center auf und zwar mit einer schönen Metzgerei. Sie sehen, Coop sagt immer wieder für neue, moderne Einkaufsmöglichkeiten. Und jetzt wünschen wir Ihnen allen noch einen recht schönen Abend. Der aktuelle Geschenktipp von Coop ist der weltbekannte Schnellrechner TI30 mit LCD-Anzeige und 51 verschiedenen Funktionen zum einmaligen Preis von 42 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Stocki vom Knorr, ein Paket an dreimal drei Portionen für 2,90 Euro, zwei Tauben milder Tomisempf für 2,20 Euro und zwei Tauben Tomi-Mayonnaise für 3,50 Euro, 400 Gramm Goldstar-Rahmglasse Vanille-Schokosplitter für 2,10 Euro, ein Liter Coop-Orange für 65,00 Euro, ein Becher an 500 Gramm Coop-Joghurt Natuur für 75,00 Euro oder mit Früchten für 1,10 Euro. Und noch morgen über den Monat am Samstag zwei Liter Coop-Sohnenblumenöl statt 7,90 Euro nur 6,90 Euro. Clementine das Kilo nur 1,60 Euro. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017